Halleschön Leute, herzlich willkommen wieder bei der nächsten Episode von Channel 4 und wir sind auf dem... ...Sectuary. Mama Murphy. Hast du das, Maddox? Nahrung für das dritte Auge? Ja, hier, bitte. Das fühlt sich großartig an, nicht wahr? Langsam formt sich ein Bild. Ich sehe dich umgeben von ausgestreckten Händen. Alle brauchen sie deine Hilfe, Kind. Alle möchten sie, dass du die Dinge auf ihre Weise siehst. Und ob du es willst oder nicht. Du wirst entscheiden müssen, welche Lebensweisen im Commonwealth weiter fortbestehen und welche enden. Kann nicht. Dachte fast, ich bekomme keine Luft mehr. Mein Herz pocht wie verrückt. Muss mich erstmal ausruhen. Oh, Mama Murphy. Bin müde. Das dritte Auge fordert seinen Tribut. Okay, Tribut. Mir geht's gut, Kind. Muss es nur ein bisschen ruhiger angehen lassen, bevor ich das dritte Auge nutze. Die Kanonen? Das habe ich. Das, äh... Äh, dich habe ich. Dich habe ich. Was ist die Money für dich? Kanone? Ja, egal. Aber dafür habe ich gar nichts. Das? Uh, nice. Okay. Gut. Und was mir noch nicht gefällt ist... Äh, warte mal. Schaut, haben wir alles gekauft. Komm, in die Minute. Ich versuche mich nützlich zu machen. Niemand will einen erwachsenen Mann im Selbstmitleid da trinken sehen. Ich suche nach Waffen. So. Schauen wir mal mit Waffen. Ob er hat was... Das haben wir aber... Die ist... Fünf Kilogramm. Komm, das wird kaum hier. Aber das brauchen wir ja nicht. Das bleibt... Das ist... Nein. 19. Der macht mir ja Schaden. Ich weiß nicht wieso. Aber ja, ist gut. Das ist... Das ist... Automatische. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das bleibt. Das will ich... Nein. Nein. Interesse mich nicht. Alter. Das ist schwer. Mods. Mods. Und ja. Munition. Haben wir über den Spiel. Eventuell. Das ist schon komplett okay. Und ich will von ihm was. Nehme ich von ihm. Keine Waffe... der ist so eine waffe ich bin waffen nehmen die waffe leider nicht der hilfe nicht munition die waffe nicht mehr die abbrechen ich bin mir eben 500 das wäre da ein bisschen besser ich habe schon ein bisschen mehr hier grenze tut mir leid ich wäre gerade keine gute gesellschaft danke aber danke für muni was und jetzt wegen mir hat so immer noch viel wegen dieser waffe ist gut 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 2 ja 0 so den habe die habe ich die habe ich der auch 100 gut nice visier also nur 2 echt finde ich auch trotzdem ok gehen wir jetzt irgendwo anders gehen wir da lang aber vorher konnten wir nicht gehen weil ich war voll mit monstern aber ich glaube ich mein ziel ist institut auch wenn mein sohn ist da drin ich bin ich bin beim hier ein zu ihm so du musst der runner sein denn ich treffen soll ja das bezeichnung ich habe die wache bereits neutralisiert sagen sie bescheid und wir können den angriff auf die hauptflottille starten runner guter kämpfer strong mögen dann los ok dann los direkt hinter ihnen sir meine befehle lauten ihnen zu helfen den sind in libertaria zu fangen ich warte dort bis sie bereit sind ich glaube wir werden beobachtet also mam sind es endlich jem, es sind wir wieder einmal und und ja ich liebe die ich warte ok Du hast dich verpissst, was? Du hast dich verpissst, was? Halt dir die Augen offen! Ich glaube, das Arschloch hat uns einen Stealth-Boster... Wo ist denn Köttchen? Wo ist denn Köttchen? Oh! Bleib still! Was? Schon Angst? Was ist denn ein Runner? Alter, ich sehe dich nicht! Okay, machen wir noch... ... alten Modishard... Oh, ihr... Ach so, deswegen konnte ich es eigentlich... ... gesinnt die Ziele! Und das war fies! Hornescheiß! ... 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 So Leute, ich würde sagen, das war's. Wir sehen uns nochmal in der nächsten Folge. Ciao!